Der SHW Fire 59025 Der SHW Schneeschieber ist ein Kunststoffprodukt, das in drei verschiedenen Größen angeboten wird. Speziell für Kinder mit einer Schaufelbreite von 29 cm, in einer schmalen Version mit 40 cm Blattbreite und in einer Breitenausführung mit 50 cm Blattbreite. Dieser Schneeschieber ist ein effektives Instrument zur Schneeräumung und Beseitigung auf Gehwegen, Einfahrten, Parkplätzen und vielen anderen Bereichen. Das Modell ist mit einem ovalen Holzstiel, einem D-Griff und einer austauschbaren Schutzkante ausgestattet. Verstärkungsrippen und erhöhte Seitenkanten ermöglichen die Nutzung sowohl bei kleineren als auch bei größeren Schneemengen. Der Griff und der Stiel bieten eine bequeme und natürliche Handhabung. Fazit, dieser Schneeschieber ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug zur Schneeräumung. Dank seiner verschiedenen Größen und einer speziellen Konstruktion ist er sowohl für kleine als auch große Schneemengen geeignet. Besonders hervorzuheben sind die angenehme und natürliche Handhabung, die durch den ovalen Holzstiel und den D-Griff ermöglicht wird. Dies macht das Gerät zu einer verlässlichen Wahl für den Winterdienst. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.